Yo meine Freunde was geht ab euch? X7 hier am Start am Mittwoch mit einem ganz 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 kurzen Infovideo. Ich kenne mich, ich sage immer ganz kurz, ich wollte eigentlich nur 30 Sekunden aufnehmen und dann quatsche ich am Ende 3 Minuten oder 10 oder 30, nein nicht so viel. Ähm, ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, heute Abend beginnt mein erster Stream auf Camcord. Es wird wahrscheinlich, ich habe jetzt 10 mal schon gesagt, es wird wahrscheinlich 20 Uhr werden, falls ich später komme. Keine Sorge, ich komme irgendwann. Ich versuche pünktlich zu sein, ich versuche wirklich pünktlich zu sein. Ähm und äh, ja ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, ich hoffe ein paar kommen. Ich hoffe nicht zu viele kommen, also ich weiß, dass viele mir, viele haben schon geschrieben, Heaven, wieso Mittwochs, wieso nicht am Wochenende, da habe ich keine Zeit, ich muss in die Schule, meine Eltern schlagen mich, nein nicht sowas. Aber nein, aber ich kann nicht verstehen, aber ich habe das extra gemacht. Also erstmal, ich bin dieses Wochenende nicht da, das hat damit nichts zu tun, also doch schon, aber, oh Gott, ich rede schon wieder Quatsch. Also ich bin dieses Wochenende nicht da, deswegen kann ich am Wochenende nicht streamen. Aber ich finde es gut, dass ich erstmal in der Woche streame, damit es ein bisschen ruhiger bleibt. Ich möchte mich ja erstmal an das Streamen gewöhnen, ich weiß ja noch gar nicht, wie es mit den ganzen Einstellungen und so klappt. Ähm, deswegen, ja, ich hoffe nicht, also ich freue mich über jeden, der kommt, aber ich hoffe nicht, dass so mega viele da sind. Also am Anfang kann es ruhiger zugehen, da freue ich mich eher drauf, das ist eher gut. So, ähm, ich streame auf Camcodes, Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ähm, ist eine tolle Seite, also ich bin damit sehr zufrieden. Jetzt frag nicht, warum ich nicht auf Twitch streame. Und dann, dann haben wir ja Leute geschrieben, wieso streamst du nicht wieder auf Twitch? Und meine Antwort so, ich bin nicht wieder. Das hat damit eigentlich nichts zu tun, ich habe mich irgendwie mit Twitch, ich kam da irgendwie nicht zurecht. Die wollten mich, also ich habe da irgendwie nichts einstellen können. Und dann hat da irgendwie alles, keine Ahnung, gab es Probleme, bla bla bla. Und, äh, deswegen, mit Camcodes bin ich sehr zufrieden, klappt alles gut, deswegen streame ich da. Und da bleibt jetzt auch bei, Punkt. So, I have a word person, nein, Spaß. Nein, ich freue mich einfach drauf, wir streamen ein bisschen someone else. Boah, ich weiß nicht, wie lang ist ja so der erste Stream, so ein bisschen testen, mal vielleicht eine Stunde oder so. Ähm, wahrscheinlich dann Gildenkampf, bisschen, ähm, einfach farmen, dann rede ich mit euch, beziehungsweise beantworte Fragen von euch oder, keine Ahnung, besuche euch. Kann ich natürlich auch malen, wir gehen dann in den Chat zusammen, ich mache vielleicht ein bisschen Arena, so den ganzen Kram. Ja, und, äh, na, wollte ich eigentlich nichts sagen. Also, heute Abend, Mittwoch, ähm, der 2. März, 20 Uhr auf Camcodes, Link dazu unten nochmal in der Beschreibung, oder? Camcodes, slash, Profile, slash, X7 oder irgendwie sowas. Naja, ähm, ich hoffe, ihr freut euch drauf, ich freue mich drauf und ich hoffe, es wird ein lustiger Abend. Und, äh, das wird natürlich nicht der letzte Stream sein, das wird wahrscheinlich dann jede Woche jetzt kommen. Ich gucke mal, wie es läuft und dann sehen wir weiter. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß und, äh, wir haben gemeinsam Spaß und, naja, bis heute Abend.